Surah 90, El-Beled, die Ortschaft, offenbart zu Mekka, 20 Ayat. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Ich schwöre bei dieser Ortschaft, Mekka, und du wohnst in dieser Ortschaft und bei dem Zeugenden und bei dem, was er gezeugt hat. Wahrlich, wir haben den Menschen zu einem Dasein in Bedrängnis erschaffen. Meint er, niemand wird ihn in Bedrängnis bringen? Er sagt, ich habe viel Vermögen verschwendet. Meint er, niemand hätte ihn gesehen? Haben wir ihm nicht zwei Augen gemacht und eine Zunge und zwei Lippen? Und ihm haben wir die beiden Wege gezeigt. Doch er bezwang das Hindernis nicht. Und was lehrt dich wissen, was das Hindernis ist? Es sind das Befreien eines Nackens oder an einem Tag während der Hungersnot das Speisen einer nahverwandten Weise oder eines Armen, der sich im Stau bewälzt. Dann wird er unter denen sein, die Glauben untereinander ermahnen, zur Geduld und einander ermahnen, zur Barmherzigkeit. Dies sind diejenigen, die von der rechten Seite sind. Diejenigen aber, die nicht an unsere Zeichen glauben, sie werden von der linken Seite sein. Sie werden vom Feuer ringsum eingeschlossen sein. Sie werden vom Feuer ist der Sch друга setzten. Sie werden vom Feuer erläutern, zur Gelegenheit. Sie werden vom Feuer erläutern, die von dem Feuer erläutern. Sie werden vom Feuer in die Richtung, der uns ins Wasser erläutern.